Hallo bei Oronda Service TV. Hier zeigen wir den einfachen Austausch der Etikettenrolle beim E9 Rekorder. Sie benötigen dazu lediglich eine Ersatzrolle mit Etiketten. Ziehen Sie die Abdeckung mit dem Schlitz für die Druckerrolle ab. Öffnen Sie den Deckel des Druckers. Ziehen Sie die verbrauchte Rolle nach vorne heraus. Setzen Sie die neue Rolle ein, indem Sie sie in den Rollenhalter drücken. Führen Sie einige Zentimeter von der Rolle über die Gummivalze und schließen den Deckel. Schieben Sie das Papierende durch den Schlitz in der Abdeckung und setzen Sie wieder auf das Gehäuse. Untertitelung des ZDF, 2020